hat der markt überhaupt noch eine chance ja hat er und zwar gar nicht so schlecht aktuell wir haben fangen wir mal mit dem s&p 500 an ja die situation dass wir in einer unterstützungszone und oberhalb einer wichtigen sehr wichtigen unterstützungsmarke liegen nämlich den zwischen hochs ich hatte sie in den letzten videos erwähnt ich war mir gar nicht mehr ganz sicher wo sie exakt lagen also dezember hatten wir hier und februar hatten wir hier in dem bereich die zwischen hochs ich mache das mal kurz groß im tageschart noch mal und hier war eigentlich so ein bisschen auch aus symmetriegründen eine chance für den dreh das ist nur eine chance das ist jetzt keine garantie dass er da dreht aber alle die irgendwie was bullisches vom markt halten werden gewogen sein zu sagen also jetzt gilt es aber jetzt gehen wir auf die marktseite der käufer jetzt steigen wir dann wirklich ein und schauen hier richtig mal auf den putz also aufwärtsbewegung wäre möglich aber wie sieht das aus charttechnisch haben wir hier irgendwelche marken es wäre jetzt ja auch schön zu sehen dass die marktteilnehmer mitspielen und da haben wir tatsächlich aktuell bei den amerikanischen indizes etwas was ein klassisches wendeformat ist und das da gehen wir mal hier auf den wochenchart oh gott jetzt packt da die ganz großen dinge raus das ist hier quasi das gleiche bild noch mal erste zweite dritte vielleicht vierte jetzt bräuchten wir hier irgendwas was für eine wende spricht und einige sagen jetzt sagst du jetzt sagst du ich sehe es doch schon richtig im balken chart sehen es die profis die das vielleicht ein bisschen schon hier raus klamüsern können wer jetzt den kerzenschart bevorzugt der sieht hier etwas was ein klassisches wendeformationsmuster ist nämlich ein mögliches wohlgemerkt auf wochenbasis also diese ganze jede dieser kerzen hier repräsentiert den kurs einer ganzen woche wir haben quasi hier oben einen kleinen körper wir haben einen langen tail auf der unterseite das heißt die marktteilnehmer haben den kurs runtergedrückt aber die gegenbewegung kam und hat den markt wieder nach oben gepusht das ist ein hammer der steht sehr häufig für eine wende man sieht hier noch mal so ein bisschen fürs augentraining hier hatten wir eine aufwärtsbewegung hier oben hatten wir das gegenteil eines hammers in dem fall nämlich kleiner körperteil auf der oberseite ist ein shooting star sagt man dazu und sobald der kurs das tief dieses shooting stars durchstößt ist das ein zeichen mensch da geht doch noch ein bisschen was für die short seite wie weit ist dann immer ein zweites thema aber erstmal vorläufig für die gegenseite das ist ein durchaus typisches verhaltensmuster und wenn wir das hier mal analog sehen ist das hoch der letzten woche das lag beim future bei 4358 50 future cost ist das hoch der letzten woche geeignet ein trigger zu sein um all diejenigen die sagen mensch rüdiger ich habe dir immer gesagt ist ein bullischer markt diese jetzt spätestens dann hinterm ofen vorzulocken im sinne von mensch wir haben doch oktober jetzt lass uns doch endlich die jahres and rallye machen neues jahres hoch und je nachdem wie schnell das ganze passiert vielleicht sogar noch neues allzeithoch hier hin zu zaubern wundern würde mich das ehrlich gesagt nicht dieses verhalten wäre durchaus typisch also da seht ihr das ganze sieht gar nicht so negativ aus was wir hier haben neue jahres hochs vielleicht allzeithochs hier also kurse irgendwo 4800 realistisch vorsichtig normalerweise gehen wir charttechniker erst davon aus dass es ein bullisches signal ist wenn es getriggert wurde wenn der kurs jetzt sagt na 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 wir tauchen nach unten ab ist es nichts mit long aber dann wäre man ja auch noch nicht auf der long seite denn der kurs hat ja nie dieses hoch getriggert also tatsächlich die charttechnik erwartet erst abwärtsbewegung dann dieses wende ding und anschließend das überschießen dieser marke also spannend der markt hat es tatsächlich geliefert das gibt es auf verschiedenen zeitebenen hier war es jetzt im wochenschart zu sehen es würde mit dem übergeordneten ja durchaus passen man hätte also eine einigermaßen realistische chance dass der kurs jetzt in der nächsten zeit nach oben schießt wir haben die earnings jetzt vor uns wer weiß was wir dafür tolle nachrichten noch bekommen und der markt dann die unterstützung bekommt hier nach oben zu laufen sehen wir das auch schon im kurzfristigen chart im ganz kurzfristigen machen wir wieder kurz augentraining ein bisschen schon schaut euch mal diese starke aufwärtsbewegung anschaut euch diese wackelige abwärtsbewegung an das ging in die mitte des raums nämlich da wo wir gerne rücksetzer eigentlich drin haben korrektiv und dementsprechend gerne noch mal die fortsetzung hier nach oben es war ein tiefpunkt also gerne mindestens mal eins zu eins was wir vorne hatten danach noch mal jawohl das hat der markt geholt da seht ihr wenn ihr vielleicht intraday heute schon mal drauf geguckt habt hattet ihr hier schon die erste idee die man sinnvoll hat umsetzen können im sinne eines bullischen schubs den man hier auch im kleinen immer wieder gerne nutzt also wenn ihr gar nichts mehr seht ruhig mal auf verschiedenen zeitebenen ob ihr diese verhaltensmuster irgendwo seht eine seite stark wackelig dann das die die fortsetzung nach oben wenn man so ein bisschen raus zoomt oder hier im vier stunden chart guckt ja also so halbwegs würde man wohl sagen die aufwärtsseite das war so halbwegs hier wackelig runter ok wenn es dann unbedingt sein soll aber man hat zumindest mal so ein bisschen den eindruck bullisch denkbar ist es schon einen echten beweis sehe ich da drin ehrlich gesagt noch nicht aber der hinweis denkt man das letzte wochen hoch das ist eines trades würdig wir können ja noch mal gucken in den nächsten tagen ob wir dazu einen trade direkt formulieren das werden wir dann wenn möglich vielleicht als trade des tages dann eben platzieren dann seht ihr wo sind sinnvolle stopp marken da gibt es nämlich verschiedene varianten die können wir uns dann noch mal ein bisschen durchgucken natürlich im born for trading werden wir es intensiver besprechen mit verschiedenen unterschiedlichen handelsmöglichkeiten und welche wir davon dann natürlich am liebsten sehen das will ich dann mit euch gerne noch mal durchgehen also schaut das in den nächsten tagen gerne noch mal an dann werden wir das noch mal ein bisschen genauer ausloten aber so habt ihr schon mal eine idee jetzt wissen wir dass der nasdaq sehr sehr ähnlich ist wie der s&p oder umgekehrt auch hier hatten wir jetzt diesen rücksetzer eigentlich hätte ich mir hier fast gewünscht er geht noch ein bisschen tiefer das wollte er jetzt nicht aber auch hier haben wir ein hammer eine kleine abweichung ist allerdings dass wir eigentlich das tief hier hatten ist das dann hier eigentlich noch ein hammer ja streng genommen ist das ein bisschen eingeschränkter dann also dieses hier ist zwar von der form fast gleich also auch so ein kleiner körper langer tail auf der unterseite so weit so gut aber streng genommen kam die bewegung vorher nicht von oben sondern sie kam ja hier von unten jetzt können wir einst ihm zugute halten dass das so ein pseudohammer ist der hat zwar einen langen tail auf der oberseite aber noch länger auf der unterseite ich würde rein von der formal hierher was die charttechnik angeht das signal beim s&p bevorzugen aber machen wir uns nichts vor wir wissen alle dass der markt aktuell eher das spielt also der nach der s&p was der nasdaq macht oder was eben die großen tag titel machen was die gerade wollen das setzt sich dann entsprechend hier auch am markt durch also wer jetzt extrem nasdaq verliebt ist der kann hier vielleicht ein auge zu drücken ich finde es nicht ganz so toll immer augen zuzudrücken am markt deshalb bin ich da ein bisschen vorsichtiger und würde das s&p signal wohl bevorzugen in dem fall nichtsdestotrotz immer noch ein auge drauf halten noch ist es eine aufwärtsbewegung die durchaus auch charakter einer korrektur noch haben kann dann sollte es allerdings nicht mehr hier oben durchgehen sondern dann sollte es wohl eher hier auf der abwärtsseite durchstoßen und dann werden auch vielleicht die 14.300 nochmal relevant und vielleicht sogar noch tiefer im moment sehe ich es nicht also ist jetzt keine ankündigung dass das zwingend passiert würde mich aber zur not nicht mal wundern wenn das hier noch passieren würde aber dann sollten die unterseiten die zwischentiefs hier auf der unterseite als nächstes fallen da können wir also die marktteilnehmer jetzt in die pflicht nehmen ja dann zeig doch mal was wollt ihr die oberseite rausnehmen oder hier die zwischentiefs rausnehmen da könnt ihr euch dann entscheiden an welchen marken ihr euch dann entsprechend orientiert der amerikanische markt wäre nicht der amerikanische markt wenn wir nicht auch noch auf den dow jones gucken würden der ist zwar so ein bisschen langweilig im verhältnis und viele erinnern sich ich bin gar nicht so guten mutes was das angeht aufgrund dieser vielen überschneidungen die wir hatten ich bleibe mal hier im wochenchart ihr seht das hier dieses hier alles so was soll das mit den vielen überschneidungen ich habe kein gutes gefühl nichtsdestotrotz auch hier gibt es ein zwischenhoch der letzten woche das hoch das lag beim ach gott ich krieg's nicht hin beim dow jetzt kommt ja auch noch ein alarm den müssen wir schnell zur seite schieben den seht ihr jetzt nicht so also das zwischenhoch ist hier ne das wochenhoch so muss ich sagen lag hier bei 33.939 beim future das heißt bei 940 wäre dann sozusagen die longposition zu eröffnen wohlgemerkt da muss er erst noch mal hin geht er hier unten durch hat sich das thema schon erledigt also diese bringschuld hat er jetzt noch dass er dann auch die oberseite durchstößt wohlgemerkt immer wichtig kurs muss von oben kommen kurs muss von oben kommen hat er gemacht dann diese wände und dann dieses ding triggern damit dann auch tatsächlich da ein trade draus wird das kann durchaus sein ihr seht hier zum beispiel unterschied das sieht auch so ähnliche aus kleiner körper aber der kurs kam von unten und dementsprechend kein tolles longsignal an der stelle da würde man charttechnisch zumindest mal eigentlich nicht drauf kommen dass das hier ein longsignal ist hier wäre das aber zumindest ein potenzielles longsignal auch hier nochmal ganz kurz augentraining für die intraday freunde die jetzt gesagt haben kurs kam von oben wir haben hier ein tief wenn ich dann mal eine starke aufwärtsbewegung habe wenn ich dann irgendwie was wackeliges dreiwelliges oder wie auch immer nach unten habe beste voraussetzung dass die erste bewegung sich höhenmäßig nochmal wiederholt jawohl das haben wir erreicht entry trigger ist hier ja also ihr seht also dieses zwischenhoch ihr seht dieses prinzip auf kleinen ebenen großen ebenen ihr könnt das grundsätzlich immer wieder machen das ist also jetzt nichts außergewöhnliches hier im tageschart hatten wir das kurs kam von oben erster schub hoch wackelig hier runter trigger hier und die erwartungshaltung dass sich das nach oben nochmal fortsetzt also nur um so ein bisschen den eindruck zu haben okay auf was kann man denn gucken das spielt gar keine rolle auf welcher ebene ihr das guckt ob ihr intraday aktiv seid auf tagesebene das spiel bleibt mehr oder weniger das gleiche wer das ganze im down noch mal eben sehen will auch hier hatten wir eine wendekerze jetzt machen wir den noch komplett da lag das hoch der letzten woche bei 33.557 69 also das wäre der entsprechende index trigger hier falls ihr lieber auf den index guckt bei der bewertung statt auf die future märkte wäre das ebenfalls nochmal eine marke die man da im hinterkopf haben könnte oder beachten könnte also es ist und bleibt spannend was der markt hier macht es ist tatsächlich aktuell eine wende auch beim dow jones zu sehen wie passt das denn du bist doch so bärisch beim dow jones naja es kann ja durchaus sein dass der jetzt hier auch noch irgendwie nach oben sich müht und später dann doch nochmal runter kommt wenn dann er hier mühevoll korrektiv hier nach oben kommt der nasdaq vielleicht nochmal nach oben auf neue allzeithochs geschossen ist dass er dann runter kommt das kann durchaus sein so sind wir wieder synchron und trotzdem würden wir dann hier im nachgang quasi noch mal die marke die ich eigentlich erwartet das muss ja nicht sofort passieren und ein bruch nach oben würde das sofort erst mal wieder unterbrechen ich halte immer noch dieses diesen bereich um die 31.500 plus minus 500 von mir aus halte ich für sehr sehr realistisch dass das passiert und im schlimmsten fall macht erhalten drei wähler runter macht eine pause und setzt das ganze später dann nochmal fort das wäre ja ebenfalls gar nicht so abwegig dementsprechend weil dieses gesamtbild mir nicht so gut gefällt wenn ich jetzt einen von denen handeln müsste der s&p gefällt mir mit abstand am besten dieses signal ist zwar genauso stark im gesamtkonzert des umfeldes gefällt mir das allerdings hier weniger gut das heißt wenn ihr nur einen von den umsetzen wollt würde ich lieber den s&p handeln und nicht den dow jones weil ich hier die sorge habe das ist eigentlich kein so tolles bild mehr während der s&p sagt wieso da ist doch noch genau platz auf der oberseite um hier nochmal eine letzte bewegung aller hier im vier stunden im tageschart wie das hier aussieht so abschließend blick auf dax der hat keinen schönen wendehammer gezeichnet wenn ihr sagt ist doch auch so ein ding ja aber da sind die charttechniker häufig penibel das ist zwar auch noch mal ein tail auf der unterseite aber der körper ist einfach zu lang das heißt den würde ich auch nicht als ein long signal auffassen also auch nicht den bruch hier oben viele gehen davon aus der muss mindestens doppelt so lang sein wie der körper einige sagen sogar gerne dreimal so lang wie der körper das ist hier definitiv nur nicht gegeben also insofern ist das kein bullisches zeichen und ihr wüsst ich bin eigentlich ein bisschen pampelmuselig dass wir hier so tief in den bereich rein sind und am feiertag sogar noch wann war das dritte nee war sogar am 4. oktober ich habe glaube ich gesagt am dritten war das nee am 4. oktober hat er nochmal hier diesen tiefen bruch da unten drunter das habe ich ihm nicht verziehen ich gehe davon aus dass wir hier eher auch ähnlich wie beim dow jones die abwärts seite irgendwann noch mal durch feiern müssen bevor das hoch geht also hier bin ich jetzt gar nicht so sehr glücklich beim dax wenn ich ehrlich bin finde ich das auch im vier stunden chart oder eben hier wie gezeigt im fünf minuten chart das ist mir nicht überzeugend genug für die bullische seite also da bin ich noch nicht so richtig glücklich kann ja sein dass der sich jetzt noch hoch quält ein bisschen aber lust und leidenschaft für die kaufseite sehe ich hier ehrlich gesagt nicht so ich hoffe dass ihr damit ein bisschen was anfangen könnt also s&p beste chancen da und nasdaq ähnliches bild generell und ein dax der aus meiner sicht was das angeht eher enttäuscht und deshalb bin ich sehr zurückhaltend zumindest mal beim dax vorläufig in diesem sinne euch alles gute und liebe grüße bis zum nächsten mal bis zum nächsten mal